Ich habe neue skins freigeschaltet sehe ich ich weiß nicht ab wann die neuen angezeigt werden aber hier ist eine pizza zum beispiel soda steak grotte ja zwiebel oder so apfel pumpkin gameboy oder was auch immer zensiert wütend was neues noch hamburger was aber du bist traum isaac virus küken huh melone oder die kiwi oder so so was neues sieht jetzt auf jeden fall nicht so ganz neu aus vielleicht übersehe ich da irgendwas ich weiß nicht was das hier ist ist das irgendwie so ein random oder sieht da warte wenn ich jetzt zum beispiel den ihr nehme desto transparente tier das wollte ich nicht das transparent wenn ich jetzt aber den hier nehme es ist random ich glaube der ist random das bricht die pizza ja ich glaube oh lol das ist lol ich habe das gefühl hier sind bei dem random sind so skins drauf die es gar nicht gibt ja angezeigt gibt da habe ich hier irgendwo diese eine katze übersehen mit diesem anderen kopf weil die kann ich mich jetzt nicht erinnern ich wollte nur zeigen es gibt neue skins wenn man es bis hierhin schafft was ich cool finde und ja anscheinend gibt es manche skins die man durch dieses random hier freischaltet hier durch hier hier jetzt sieht man es natürlich nicht gut das ist natürlich kein das hier zum beispiel das hier finde ich irgendwie ziemlich cool ähm wir haben hier fünf neue welten freigeschaltet ich würde sagen wir gehen in die hier unten und das spiel hängt oh jetzt beitritt gegenwelt wir kämpfen gegen die welt oder wie was ist denn eine gegenwelt warum lädt das spiel so lang fragen über fragen die wir vielleicht niemals beantwortet bekommen oh in der ersten folge habe ich mich nicht unbedingt umgeschaut ganz viel bei den backgrounds aber jetzt mache ich das und es nutze ich weil warum halten diese hände so einen rahmen fest warum sind wir in dem rahmen achso hier diese leuchtenden kugeln ah ok einfach durchruschen cool aufmachen aufmachen ich muss jetzt ganz schnell rüberruschen ne ja ok nice ding dann gehts auf aua 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 aaa aua aaa aaa Mist! Okay. Ding. Fahrstuhl bitte aufmachen. Dankeschön. Danke, dass sie mit Puss-Airheads fliegen. So. Achso, das Ding hier oben hab ich gekillt. Ah. Okay. So, und jetzt. Da unten öffnet sich was. Cool. Ganz schnell. Husch, husch, Puss, Puss. Miau. Lol. Dieser Background. Okay, es lag gerade. Ich weiß nicht warum. Es muss gerade alles laden. Cool. Ach, wahrscheinlich muss ich hier alle freischalten, oder? Weil jetzt habe ich Puss und diesen Wächter dort. Wahrscheinlich muss ich hier erstmal... Ah, ich bin hier. So random. Ich bin einfach die Katze mit dem Viertus drauf. So sieht's aus. Äh, äh, ja. Cooles Level. Haha, der hilft viel. Warum sitzt da ein Tiger auf dem... So, was ist das? Oben links? Oder rechts? Nein. Okay, das hier mag ich überhaupt nicht. What? Okay. Oh Gott. Das Level mochte ich nicht. Egal, ich krieg zwei, äh, zwei Leben dazu. Bloß ein Leben insgesamt. Äh, äh, wie diese Mario-Blöcke. Diese Katze im Rahmen. Wie kommen wir hier durch? Oh Gott. Okay, was jetzt? Ah, safe. Hier bin ich richtig. Warte, ich seh nicht mehr. Okay. Da wo wo ich lang? Ich muss da hoch. Hä, wie komm ich denn da hoch? Oder bin ich falsch? Muss ich da nicht hoch? Wo geht's denn sonst lang? Ich sehe sonst nichts. Ne, da komm ich irgendwie nicht lang. Oder seh ich irgendwas? Oder kann ich hier rum? Nein, ich kann hier nicht rumlaufen. Hä? Wo muss ich lang? Oh, hier kann ich lang. An diesen... Aua. An diesen seltsamen Dingern. Das hab ich nicht erwartet. Dass dieses Ding da runterschmeißt. Okay. Okay. Cool. Wow. Okay. Das ist schwerer als erwartet. Nein, nein. Yes. Okay. Yay. Es wird immer schwerer. Ich habe übrigens vor, eine Welt pro Folge zu machen. Ich hoffe, es ist nicht zu wenig. Ich hoffe, YouTube Compression hasst das hier nicht. Wo gibt's denn einen schnellen Weg? Ah. Hat funktioniert. Er hat einfach funktioniert. Wie geil. Nice. Das ist ein Scheinwerfer. Killt er mich? Wahrscheinlich killt er mich, oder? Ja. Ah, der schießt mich ab. Ja, wow. Was ist das her? Ja, wow. Jetzt hat er mich einmal gesehen. Jetzt bin ich tot. Ich darf mich nicht sehen lassen. So, da oben muss ich lang. Okay. Weg, 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 weg. Hat mich gesehen. Fuck, hat mich gesehen. Scheiße. Okay, das Level gefällt mir überhaupt nicht. Oh, fuck. Was, 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 was? Why our PC is ready for your re-upgrade? Your PC is ready for your new update. Irgendwie sowas. Oh, fuck. Was passiert hier? Oh, shit. Alter. Bullet hell. Aber ich bin durch. Okay, die Level werden immer absurder. Weniger Background. Und mehr Musik. Cool. Aber wo bin ich? Tot. Give me some candy now. Give me some candy now. Gott, die Musik. Das hör ich mir grad an. Okay. Ja, gib her, gib her. Ach, als ob ich da gestorben bin. Ach, als ob. Komm, kleiner Fötus. Ich und mein kleines Katzenfötus. Ich und mein kleines Katzenfötus. Komm hier durch. Yes. Geschafft. Ich steppe irgendwie jedem Level gerade. Uff. Komm immer näher zum Boss. Ich brauche mehr Leben. Ich brauche viel mehr Leben. Sonst kriege ich den Boss nicht hin gleich. Okay. Interessantes Level. Vom Aussehen her. So wie das ganze Spiel eigentlich auch interessant ist. Miau. Oh, 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 oh. Was? Gestorben? Ach, Mann. Oh,่oll? O' oh, das ist ja Wächter am Anfang. Wahrscheinlich hilft der einen aber dafür kriegt man halt gar keine Skorr oder so. Ja, aber wenn wir es unbedingt brauchen, da kann ich nicht lang. И auch nicht lang. Ich muss hier lagen, ok. Ich wollte nur austesten. So jetzt soll ich... Ok, ich habe mich sehr schlecht angestellt, das ist eigentlich viel einfacher. Verdammt, die nächsten beiden Level müssen jetzt schon einfach sein, sonst... Willkommen zu einer kleinen Reise, hier im Pus-Land. Pus, so wie er ihn, sie kennt. Wahrscheinlich eher. Keine... Aua! Katze. Aber... Unter dieser Katze steckt noch viel mehr. Schnell durch. Und jetzt? Geht chillen. Das Ziel ist da ganz oben, ich muss nach oben. Hier lang. Richtig? Nein. Nein. Ich bin dort. Ich bin dort. Und ich bin tot. Oder? Ich bin tot. Ah! Ah, Mist. Nee, ich glaube den Boss kriege ich nicht fürs Schwein hin. Auwa. Das wollte ich nicht. Ah! Oder? Nee. Oder? Doch, doch. Jetzt komme ich doch hier lang. Nee, bringt gar nichts. Hm, wo bin ich lang? So? Maybe? Ja, so. Okay. Gott, großes Labyrinth hier. Nee. Oh Gott, den Boss habe ich doch niemals. Okay. Was passiert hier? Wow, ich habe gar nichts gesehen. Ah, der Boden ändert sich. Man sieht sogar welcher Boden sich als nächstes ändert. Hallo. Sollte sich das noch gar nicht ändern. Das, was hier so blinkt, ändert sich. Muss schnell durchruschen. Zuck. Zuck. Auwa. Na, verdammt! Ja, schön, dass der Werther da ist, aber ich möchte ihn jetzt nicht benutzen. Ich möchte es so schaffen. Sofern es geht. Ah, ich muss sofort drüber. Safe! Yay! Copy this. Cool. Äh, was passiert hier? Der Tod. Nee, ich schaffe das nicht so ein Boss. Was der fuck? What der fuck? What the fuck? Äh, was ist jetzt los? Was passiert gerade? Äh. Was passiert hier gerade? Was, 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 was denn? Ich sehe nichts. Was passiert? Die Beppe glitscht viel zu sehr rum. Ich weiß gar nicht wo ich bin und wo ich lang muss. Was passiert? Okay. Cool. Äh, ich hab's verkackt. Miau! Es tut mir leid, Freunde. Ich konnte es nicht schaffen. Pass auf, was noch mal? In die 4 reinzugehen. Sieht aus wie eine 4 auf der Oberwollt. Oh. Alles ganz normal hier. Willkommen zu Puss. Aua, aua. Als ob ich nicht gestorben bin. Diese Box soll ich... wahrgenommen. Ja. Miau! Ich mein Leben. Okay, cool. Command-Control. Command-Control. Aber hier waren wir ja vorhin. Aua. Ach Junge. Oh Gott. So schlecht. Es ist noch schlechter als vorher. Das wir dann niemals schaffen. Oh, okay. Ich brauche hier ganz viel Leben. Oh. Äh. Das ist die Wand. Das ist die Wand. Nein, nein. Pass auf, pass auf. Das ist die Wand. Okay. Hä? Wie komme ich hier rein? Ah. Oh. Das ist cool. Das ist ein richtig cooles Level. Oh. Okay. 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 Jetzt dreht sich das. Aufpassen. Aua. Aua. Langsam. Ah. Sag dir langsam. Sollte dich nicht sputen, Puss. Ja. Durch. Miau. Okay. Kengi. Kengi. Was ist das? Oh. Fuck. Ich bin tot. Das kriege ich nicht mehr hin. Ich schaff's noch nicht mal zum Boss. Aber zumindest sehe ich dieses lustige Level. Worth it. Was? Als ob ich da noch gestorben bin. Was? Habe ich? Was? Ey komm, spiel. Mach jetzt nicht weh hier. Ich weiß, ob eine Lebensanzeige oder so hat. Safe Point. Endlich. Die heilige Promete da oben. Ab in den Mund von Puss. Ab in den Mund von Puss. Miau. Ah, okay. Wie fläben habe ich? Vier nur. Okay, das ist wieder was Neues. Ist das Herzen? Oder was das? Was? Wo bist du nicht lang? Hä? Aua. Aua. Dieses Aua. Du wachst im Erd. Hä? Wo muss ich lang? Hier kann ich stehen. Okay, das zeig ich erst jetzt. Hier oben kann ich stehen. Oh Gott, das ist schnell. Oh Gott, das ist schnell. Ich muss da schnell runter. Wo muss ich rein? Wo soll ich rein? Was tut. Die Stiftung. Die Stiftung. Die Stiftung. Der Spach rätet ihr? Das ist so unangenehm. Das ist richtig unangenehm. Das finde ich. Was gibt's hier unten? Nichts. Boah, was ist das denn hier für ne Kacke? Okay. Okay. Puh, dieses Pattern muss ich erst mal lernen. Okay. Oh Gott, es wird immer abgefuckter hier. Äh. Das sieht cool aus, actually. Jom, hier kann ich stehen. Jom, zack. Jom, zack. Jom, zack. Jom, zack. Hier passiert nichts. Oh, I get it. Zack. Okay, was ist das hier bitte? Penetration hier, aua. Wow, der Würfel! Nooo, nein! Ich hab den Würfel erst ganz spät gesehen. Och, Mann. Den ganzen Weg wieder bis dahin. Ja? Entspann dich. Entspann dich! Oh, warum sterbe ich immer? Aufpassen, dieser Würfel ist ein Arschloch. Aufpassen! Wow. Wow, yes! Aber ich schaff's trotzdem nicht. Ich krieg kein Leben. Ne, eins brauch ich nicht. Letztes Level. Und natürlich ist das Schwere. Natürlich ist das letzte Level das Schwere. Okay, zumindest können wir gleich den Boss doch mal sehen. Okay. War das richtig? Ich muss da unten lang, oder? Scheiße! Scheiße! Oh Gott. Okay. So, dann können wir zumindest mal den Boss sehen. Okay. Okay. Das ist, das ist richtig wie World's Hardest Game. Dü-dü-dü-dü-dü-düm. Ba-bam, ba-da-ba-bam. Oh, Buck. Oh, der ist schnell. Ich muss hier nur durch. Ich muss hier nur hier durch. Was? Als ob ich da gestorben bin. Okay, ich darf nicht zu viel an der Wand. Ich denk halt immer, ja, die Wand, ist halt nur die Wand. Die killt mich nicht nur. Objekte killen mich. Alles kann mich hier killen. Ich darf das Spiel nicht unterschätzen. Ich bleib am besten hier oben. Wenn ich hier direkt durch kann. Spann dich, spann dich. Ja, du hast es, du hast es! Wow. Was? Red Hot Jackpot! 7, 7, 7! Ah, super! Yeah! Super Jackpot! Hier kommt das Geld! Redet noch jemand? Wahrscheinlich nicht. Äh, okay. Ich wüsste wahrscheinlich... Wow, was mach ich denn da? Was mach ich denn hier? Hä? Was hab ich machen sollen? Geld einsammeln? Nein. Ah, hier stehen bleiben! Oder wie? Ding, 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 ding. Aua! Da kam alles dran auf mich zu. So ne Kacke. Okay, ich verstehe nicht, was gewollt ist. Ah, Gott, Kirschen überall! Ah! Gott! Ah! Ich wusste, ich werde es nicht schaffen. Scheiße! Ah, dann muss ich das nochmal neu versuchen. Ja, let's go! Auf in die vier Reihen! Oh! Oh! Vier Leben auf einmal! So gut war ich? Cool! Loll! Äh! Was sind das für Masken? Die sehen ja lustig aus! Oh, pass auf, pass auf! Hier bist du schön! Oh Gott, dieses Spiel, ey! Dieses Spiel! Oh, ich muss hier stehen beim... Ah! Ah! Okay. Okay. Reines Können Achievement! Cool! Wow! Was passiert hier? Was passiert hier? Letztes Level ist aber ein bisschen anders geworden irgendwie. Wow, das ist schwer. Wow! Hey, hey, hey! Chill, 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 chill! Chill! Wow! Soll man hier bitte durchkommen? Die schießen viel zu viel! Die schießen viel zu viel! Ich komme nicht durch! Ich lebe noch! Nein! Fuck! Warum ist da kein Checkpoint? Was ist das für eine Kacke? Ich dachte, ich hätte genug Leben! Chillig! Easy! Das letzte kommt noch mal! Das ist noch verrückt! Scheiße! Aber nein! Hilf mir mal! Hey! Bro, hilf mir mal! Kommst du nicht weiter? Ja! Zwei Leben! Mach ich! Gott! Das hat der auch mal gesehen wie es funktioniert! Das ist ja viel zu schwer! Vielleicht mag ich es immer nochmal, aber... Gott! Das fand ich jetzt viel zu schwer! Ich würde jetzt meine Leben behalten! Zehn Leben! Für den Boss! Wenn ich mich gut anstelle, reicht das! Elf Leben sogar! Also, wenn ich mich jetzt gut anstelle und ich... Oua! Weil ich hier World Hardest Game stelle, sterbe, dann... Passt das auch alles! Ja! Fuck! Fuck! Ja, wow! So, die beiden muss ich kaputt machen anscheinend! Fürs Super Red Hot Jackpot Lucky 777! Hier kommt das Geld! Ja, was muss ich... Oh! Wow! Direkt schon den Kirschen! Was? Was? Knopf! Ey! Die Katze hat doch immer was gedreht! Fuck! Scheiße! Ich sehe nichts! Was? Wie lebe ich noch? Wie lebe ich noch? Da war ein Pau! Ich soll hier Paus einsammeln? Dein scheiß Ernstspiel? Wie soll ich in dieser... Situation irgendeinen Pau einsammeln? Wie soll das gehen? Das ist ein Mojo... Wieso das geht? Das ist ein Mojo... Wieso das geht? Was? 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 Was ist das im Fick? What the fuck? auch mein 1 habe ich zwei habe ich meine ich wollte rüber huschen 3 jetzt kommt so öfter habe ich das gefühl 45 was was heißt das was bedeutet dass hau ich bin tot oh fuck okay okay drop ein pau runter zu mir runter bitte ein paar paus mal ein spiel habt doch bestimmt schon fast genug was wird langsamer es wird langsamer warum wird es langsamer mal nie mal nie mal nie rein knopf scheiße ich muss nur den knopf drücken fuck oh gott katzen foto scheiße was wie hat mich das gekillt was nein ich sterbe ich sehe mich nicht hier bin ich das schaffe ich nicht Junge was ist was ist das wow ja dropp doch mal ein pau runter hallo ja wow pau kam nicht ey lächerlich die arme katze ist so lächerlich das ist neu und ich bin natürlich direkt in den tod so wie es sein soll was denn so die map bewegt sich die ganze zeit statt es ist nur die kamera die map bewegt sich hier aber auch der rechts war auch noch was habe ich meinen bonus verpasst wenn ja dann sorry aber das auf jeden fall auch neu was wieso wir da durchkommen ich bin echt chill gechillt im leben ok wo ist die schlagen ich muss oben lang ok ja einfach runtergurscht das hat geklappt das schon wieder ich komme da nicht durch oh god ich bin da durch ja ich komme da nicht durch ich bin durch ich bin durch ich bin durch oh wow nicht in die wand Mike hä wo ist das hier auch da hinten scheiße ich kann aufgeben ich kann aufgeben es bringt mir nichts mehr schaffst du es nicht ne komm gib einfach rauf nein 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 diese fucking stacheln haben brennt ok nochmal hier das ich versuch das mal ich will mal da durch aua versuch mal da durch zu kommen auf mich sterbe ich jetzt nicht mehr so oft ah nein fuck wie soll man das aber das kann man glaube ich auch gar nicht timen oder das kann man gar nicht timen hier einfach push und durch kriegt man nicht hin ist das überhaupt möglich oder ist das so ein troll haaa kommst doch gar nicht durch tu nur so als wenn da irgendwas cool ist ne ich versuch es jetzt noch ein bisschen aber geht glaube ich gar nicht wie soll das gehen wie soll ich das machen das kann man doch gar nicht timen nö da kann man gar nicht lang warum ist das dann da haha funny der ist halt so boss time ok ich habe keine ahnung wie der boss funktioniert ich vermute einfach mal ausweichen hoffen dass paus runterfallen ähm den knopf diesen schalter unten hier unten einfach die ganze zeit betätigen weil sonst äh weiß nicht dem anscheinend böse tot irgendwas knapp aber gut ok boss time ich kann mich einfach hier schon bewegen ok jackpot time ach wahrscheinlich muss die ganze zeit hier oben pau ziehen oder ich vermute mal ich muss hier aber die ganze zeit pau ziehen hä jetzt habe ich die pau leiste vorher hatte ich sie nicht vielleicht war das ein bug das ich vorher nicht hatte ok ich musste das paul ich habe das paul nicht mehr bekommen hä was hä ich war gerade los von meiner katze ach komm lame lame komm schon zieh pau nicht das das ist kein pau das ist kein pau verdammt kein pau gezogen nochmal ok ich glaube ich verstehe es ich muss durch den knopf da unten immer was neues rausziehen werden das dann halt alles ausweichen da pau rechts pau ich geh nach rechts pau ok ich hab's verstanden links auch noch fuck hier noch nein fuck ich hab alles nicht bekommen das hab ich bekommen jetzt ist die pau leiste wieder weg ich weiß nicht woran das liegt scheiß ich muss wahrscheinlich mindestens zweimal weil giga katzi werden deshalb sollte ich jetzt nicht so oft sterben wenn es geht fuck oh jetzt hab ich's doch ah ah ok oh gott ich brauch's viermal holy shit viermal oh gott es wird nicht einfach das riecht nicht ich muss mal kurz mit der seiten das vielleicht alles so sehr da kann man sich gut konzentrieren reden und gleichzeitig ausreichen fuck 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 ich hab mich gesehen was gezogen hab oh power hab mich gezogen entscheid hab ich's ich hab's dead ich sehe nichts mehr mach keils doch haben autobahn kaputt was kannst mich mal hier noch zweimal noch zehn leben es ist möglich kommt schon scheiße pau zieh pau bitte ich brauche das recht ist kaputt achso das wahrscheinlich jetzt unwahrscheinlicher dass ich pau ziehen kann wow fuck was wovon bin ich jetzt gestorben bitte wovon das will ich im replay sehen also nachbearbeitung meine ich fuck jetzt zieh noch mal pau oh er hat pau gezogen hab ich hab ich hab ich oh jetzt läuft gut oh jetzt läuft richtig gut komm das auch noch das auch noch let's go jetzt hab ich dabei sterben nicht dabei sterben hab ich gesagt sterbe ich gerade fuck ich hab schon fast wieder ein pau ein pau ein pau habs hab ich sterbe er muss von mir sterben hab ihn marie aua das geht doch komplett ab das geht doch komplett wild einmal muss ich noch fuck hab's fast hab's fast ich hatte es ich hatte das pau wow was das ja was das wow jetzt habe ich's oh fuck ich sterbe ich sterbe das geht nicht hin das ist neu das muss wieder neue sachen zeigen die folge ist schon richtig lange falls ja dann tut es mir leid auch kaum wieder so so ein hardcore scheiß was das solche durchkommen erst level ich verstehe das nicht wort soll ich hier machen es wechselt die ganze die richtung ich kann nicht sterben ja komm dann bin ich doch was ist das das ist neu sorry dass jetzt die ganze zeit ganz viel neues ich weiß nicht ob das jetzt mittlerweile schon zwei folgen sind weil das schwer fährt vielleicht noch eine riesige folge das weiß ich jetzt nicht ok ich musste irgendwie runterkommen was was ich konnte gar nicht lang ich mache immer was falsch ich mache immer alles falsch ach so hier lang nein also nicht nach nicht sofort da lang ja jetzt werde ich wieder ganz leben das spiel ist frustrierend sage ich euch jetzt muss ich runter ok keine ahnung was mich da jetzt gehittet haben soll cool ja wow ich habe schlechtes timing unten halt jetzt geht das schwer das als letztes level geil guck mal bis schafft oder ob ich leben ausgeben muss ok ich bin ziemlich weit ich weiß nicht wie die schießen oh mein gott ich habe es geschafft oh mein gott ich habe es geschafft zwei herzen oh mein gott ohne def vor allem ok wie viele leben habe ich jetzt ein boss 15 leben das ist sehr sehr gut ok boss time oh yeah hallo oh yeah hallo oh yeah let's go let's go zwei paus hier kommt das geld pao 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 als ob ich direkt am anfang pao habe ja geil aua fuck ich muss ein knopf ich sterbe und fuck warum was war das gerade für eine scheiße fuck ok sorry dafür das war richtig schlecht von mir ich muss aber gleichzeitig ausweichen und treffen scheiße ok aber ich mach mehr als nur hälfte damage wenn ich will ok ich bin zu unvorsichtig ich muss mir aufpassen hier nach kommt noch ein dritter hier nach kommt noch ein dritter es sind drei aua hab ich gestorben scheiße ich sehe nichts geil oh fuck das was wird scheiße knopf ein kaputt bitte mal kaputt als ob der nicht ah mich das wieder aufregt ne als ob ich da ja jetzt jetzt tot ok hau ok ich sehe halt einfach nichts drei leben ich sehe nichts scheiße bin ich sehe nichts scheiße das war's wieso oder um ist er ich muss ich muss mit ihm reden ich kann das level nicht ich möchte mit ihm reden ich möchte tauschen ja zwei leben ok mache ich mache ich ok so ich gebe mich ein leben dazu ich verließe noch ein weiteres leben und habe jetzt wie viele beim boss 16 das ist sehr gut ok so ich schneide euch jetzt den boss rein ich werde wahrscheinlich die ganze zeit meine klappe halten ich muss mich konzentrieren also tut mir leid dafür oh boah naja kommt das gefällt ich mache mir alles auf das ist das ist auf 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 ich komme zu Ja wow, ich konnte nicht fliehen, ich konnte nicht ausweichen, schon wieder nicht, ich kann nicht ausweichen. Okay, das war ziemlich gut. Was? Was? Okay, cool, danke. Danke für den billigen Death. Was macht doch hin? Okay. Ich kann nichts machen, ich sehe nichts. Was? Habe ich gewonnen? Moment, habe ich gewonnen? Oh mein Gott, das ist Jesus. Viel Erfolg kleines Kätzchen. Halleluja! Wir haben einen Schlüssel und wir haben Jesus gerettet! Oha, wie viel Leben! Oha! 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 Und da geht es noch weiter oder wie? Ne, ich glaube das war es. Ja, das war's! Wir haben Jesus gerettet! Amen! Redet der noch, vielleicht kommt auch gleich so ein Bild. Vielleicht, ich weiß nicht, manchmal kann das sein, dass es noch lädt. Gnade sein mit dir und Frieden. Amen! So, und ich habe jetzt knapp zwei Stunden oder so gespielt und ich habe es endlich geschafft. War ziemlich schwer, aber ich habe es dann im Endeffekt noch geschafft. So, und man sieht, man kriegt nach jedem Level immer neue Charakter freigeschaltet. Also den, den ich gerade habe, den sollte ich eigentlich noch gar nicht haben. Aber bei Random kriegt man, kann man bei allen, alle bekommen. Also, ich habe jetzt einfach trotzdem durch Random bekommen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich gehe ganz kurz durch, was ich hier so alles habe. Ich habe ein paar neue, wie man hier sehen kann. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von PUSS wieder. Oh Junge, ich hoffe, das wird nicht genauso lang dauern. Hoffentlich nicht. . Amn wir. Amn wünsch. Das war Zeit. Amn. Will увид. Excel?